Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein neues Video für euch am Start. Eigentlich wollte ich euch ein Maus Review zeigen, das kommt aber leider etwas später. Dafür zeige ich euch meine Amiibus, die ich in der letzten Woche mir wieder neu dazugekauft habe und warum weshalb dieses Review später kommt, erfahrt ihr nach dem Intro. So, kommen wir erstmal zu dem ersten Thema, warum ist das Maus Review verschoben worden und welche Maus handelt es sich? Das sage ich euch noch nicht, weil ich weiß nicht wann ich die Maus bekomme, bei anderen Seiten ist sie derzeit ausverkauft, warum auch immer. Auf jeden Fall, ja DPD hat Scheiße gebaut, haben meine Adresse angeblich nicht gefunden und lustig ist, ein anderes Paket von DPD kam einen Tag später. Auf jeden Fall, es ging zum Verkäufer wieder zurück, jetzt kommt es wieder hierher und ja, es ist ein Heckmeck. Deswegen zeige ich euch die Amiibus, die ich mir jetzt in der letzten Woche dazugekauft habe bzw. die angekommen sind. Ein Paket war davon auch über eine Woche unterwegs und warum das so ist, ja, das kann ich euch gleich auch erzählen. Also kommen wir erstmal dazu, ich muss mal gerade überlegen, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange mal bei dem hier an. Und zwar ist das der Pichu, den gab es jetzt vor kurzem bei, ich wollte schon sagen Mediamarkt, aber nee, war bei Saturn für 8 Euro. Wird sonst durchschnittlich für 12 Euro gehandelt, also 12,99 ungefähr. Dazu gab es dann auch die Melinda von Animal Crossing. Ganze auch 8 Euro, habe ich mir zusammen bestellt. Also 18 Euro, würde ich schon sagen, 16 Euro das Paket. Und die Figur liegt auch ungefähr bei 12,99, wenn man sie einzeln derzeit bei Amazon holt. Natürlich Ebay-Preise kann man immer mal einen besseren Deal haben. Ich gehe jetzt einfach nur von den standardmäßigen Amazon-Preisen aus. Dann kommen wir zu dem Paket, was etwas länger gedauert hat. Das war dann zum Beispiel einmal hier, der Ridley war da drinne in dem Paket. Der Ridley hat mich gekostet 5,99 Euro. Wird standardmäßig gehandelt für 14,99 Euro. Soweit, wie ich das jetzt immer gesehen habe. Dazu gab es dann auch noch den hier, den Wolf. Der Wolf hat gekostet auch 5,99 Euro. Jetzt fragt ihr euch, wo die Preise herkommen. Ich weiß es auch nicht, aber da hatte ich relativ Glück. Das war von der französischen Seite. Da hat das Paket auch über eine Woche gedauert, bis es da war. Aber für 5,99 Euro eine Figur, da konnte ich nicht Nein sagen. Da habe ich dann auch hier das Ink Girl von Splatoon bekommen. Auch von der Smash Bros. Collection. Die hat mich gekostet 6,95 Euro. Hat die gekostet. Die gab es dazu. Liegt glaube ich auch bei 12,99 Euro ungefähr. Und dann guter Preishammer für 4,99 Euro. Der King Cool. Der liegt derzeit, keine Ahnung warum auch immer. Manchmal bis zu 19 Euro schon bei Amazon. Ich glaube ich habe im letzten Jahr gesehen, für 25 von irgendwelchen Händlern. Also Ebay Preise wie gesagt, da habe ich mich jetzt nicht ganz so hintergehangen. Weil ich eigentlich selber sammle nicht zum Resellen. Den habe ich jetzt mal zum Resellen mitgenommen. Leider durfte man auch immer nur eine Figur pro Haushalt nehmen. Und jetzt hätte ich ein paar mehr bestellt bei dem Preis. So, wo sind wir stehen geblieben? Dann habe ich mir den hier auch noch auf der Seite dazu geholt. Den Wedding Mario. Leider gab es Wedding Peach nicht. Jetzt fehlt mir nur noch die Wedding Peach. Der hat gekostet 8,99 Euro. Ja, muss ich mal warten, dass ich die auch noch zusammenkriege. Weil die 3er Kollektionen, also wenn ihr die mal sehen solltet, komplett alle 3 in Wedding für einen guten Preis kauft es. Die werden nämlich weit über 100 Euro gehandelt. Dann gab es dazu noch den Bowser. Den habe ich mir aber ganz normal bei Amazon bestellt. Für 14,99 Euro. Ich bin Bowser Fan. Den gab es im Dings. Also der war wieder verfügbar. Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Dann haben wir noch einmal für die Super Mario Collection. Den Cooper. Den Cooper Trooper. Den gab es für 12,99 Euro. Liegt glaube ich jetzt... Ne, der ist glaube ich auch immer noch bei 12,99 Euro. Dann gab es noch einen Schnapper, den ihr derzeit auch noch machen könnt. Ist Chrome. Chrome gibt es derzeit für 6,99 Euro bei Amazon. Wird glaube ich auch noch eine Zeit lang für 6,99 Euro bleiben. Und dann habe ich noch das Splatoon Set hier bekommen. Für 29,99 Euro. Und das wird derzeit ja gehandelt so bis zu 59 Euro bei Amazon. Warum auch immer. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hatte ich alle? Ja, ich habe alle gehabt. Waren jetzt ein paar mehr. Jetzt ist meine Frage. Dadurch, dass es jetzt ein spezielleres Thema schon ist mit den Amiibos. Vielleicht sieht auch der ein oder andere Sammler das Amiibo Video hier. Und jetzt ist meine Frage an euch da draußen. Wie stellt ihr eure Amiibos aus? Also auspacken ist für mich definitiv keine Option. Ich sehe immer irgendwelche tollen Hinstellmöglichkeiten, wo man die Amiibos dann mit ihrem Sockel reinstellen kann. Ich will sie aber eingepackt lassen. Und jetzt ist die Frage, wie stellt ihr das an? Ich bin schon am Überlegen, ein Billy-Regal zu nehmen und dort die einzelnen reinzustellen. Weil Kallax-Regal lohnt sich definitiv nicht. Von den Platzgründen her kann ich vielleicht maximal in ein Fach vier Amiibos reinstellen. Und dann ist das Ding voll. Ja, das würde mich mal gerne interessieren. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch auch nochmal ein Video machen zu meiner kompletten Amiibos-Sammlung. Weil das hier ist glaube ich nur ein ganz kleiner Teil davon. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon weit über 50 Amiibos oder so. Müsste ich mal gucken. Ich habe da irgendwo noch ein Excel-Tablet auf dem Rechner. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe auch, dass ich euch nächste Woche eigentlich das Maus-Review präsentieren kann. Wenn ich mich dann so ein bisschen mit der Maus wieder eingespielt habe. Damit ich auch was Aussagekräftiges zu der Maus sagen kann. Und nicht einfach nur euch ein Hands-on davon zeigen kann. Ja. Das war es auch wieder mit diesem Video für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das kleine Amiibo-Video gefallen. Wie gesagt, nicht vergessen, falls ihr mehr von den Amiibos sehen wollt, lasst ein paar Likes da. Dann zeige ich euch mal meine komplette Sammlung. Und ich hoffe auch, dass ich euch nächste Woche dann das Maus-Review endlich zeigen kann. Dann lasst mir doch ein Abo da, damit ihr das auch nicht verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.